Dieses E-Learning soll die Messverfahren der JUMO-Geräte im Bereich Durchfluss kurz erklären und so bei der Auswahl der passenden Geräte unterstützen. Bei der Durchflussmessung wird zwischen dem Volumendurchfluss, also dem Volumen pro Zeiteinheit, das durch ein Rohr fließt, und dem Massedurchfluss, also der Masse pro Zeiteinheit, die durch ein Rohr fließt, unterschieden. Bei allen Geräten, die bei JUMO verfügbar sind, handelt es sich um indirekte Messverfahren. Die indirekten Messverfahren können nur die Fließgeschwindigkeit oder eine daraus resultierende Ersatzgröße erfassen. Der Durchfluss wird letztendlich vom Feldgerät berechnet. Dies ist möglich, da die Geschwindigkeit V in den meisten Fällen die einzige Variable in den beiden Formeln ist. Der Rohrquerschnitt A ist konstant, die Dichte des Mediums Rho in der Regel auch. Durchfluss ist wahrscheinlich die Messgröße mit den meisten Messverfahren. JUMO bietet Durchflusssensoren an, die fünf der hier dargestellten Messverfahren verwenden. Diese sind der Häufigkeit nach absteigend gelistet. JUMO bietet Flügelradsensoren, magnetisch-induktive Sensoren, Wirkdrucksensoren, einen thermischen Sensor und einen Ultraschallsensor an. Beim Flügelrad erzeugen die in die Flügel eingebetteten Permanentmagneten ein Magnetfeld, welches durch einen Hallsensor erfasst und als Rechtecksignal ausgegeben wird. Die vorbeiströmende Flüssigkeit treibt das Rad an. Ist die Fließgeschwindigkeit langsamer, wird eine kleinere Frequenz ausgegeben. Ist die Fließgeschwindigkeit schneller, wird eine höhere Frequenz ausgegeben. Die Umdrehungsfrequenz ist also das direkte Maß für die Fließgeschwindigkeit. Da die ausgegebene Umdrehungs- bzw. Impulsfrequenz proportional zur Fließgeschwindigkeit ist, kann das Feldgerät über den K-Faktor den Durchfluss berechnen. Der K-Faktor steht im Zusammenhang zum Rohrquerschnitt und ist vom Hersteller im Datenblatt angegeben. Bei JUMO heißt der Flügelrad-Sensor Flowtrans-PW. Hierbei handelt es sich um einen Einsteckflügelrad-Sensor, der über eine Überwurfmutter an den jeweiligen Prozessanschluss, T-Stücke, Rohrschellen oder Schweißstutzen befestigt wird. Dies ermöglicht ein schnelles Einbringen im Prozess bzw. Austauschen und erleichtert so die Montage und Wartung. Er eignet sich für die Durchflussmessung in neutralen, schwach-aggressiven und feststoffarmen Medien und kann Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 10 m pro Sekunde messen. Der magnetisch-induktive Sensor funktioniert nach dem pharadäischen Induktionsgesetz. Dieses besagt, wenn sich ein elektrischer Leiter durch ein Magnetfeld bewegt, wird in ihm eine Spannung erzeugt. Diese Spannung ist proportional zur Geschwindigkeit des elektrischen Leiters im Magnetfeld. Die induzierte Spannung hängt von der Länge des elektrischen Leiters, der magnetischen Feldstärke und der Geschwindigkeit des Leiters ab. Die Polarität der Spannung von der Bewegungsrichtung des Leiters. Wenn wir das Beispielmodell auf unser Sensorschema übertragen, sehen wir, dass unser Sensor ähnlich aufgebaut ist und nach dem gleichen Prinzip funktioniert. In der Wandung des Rohrs befinden sich Spulen, die ein Magnetfeld erzeugen. Der Leiter, in unserem Fall ein leitfähiges Medium, bewegt sich nun zwischen den beiden Elektroden durch, in die dann die Spannung induziert wird. Die Durchflussmesser Jumoflu Transmag i01 und i02 sind Einstecksensoren und ermöglichen einen einfachen Einbau und Austausch. Mit ihnen können Fließgeschwindigkeiten in einem Bereich von 0,2 bis 10 m pro Sekunde gemessen werden. Sie eignen sich für neutrale, verschmutzte sowie aggressive Flüssigkeiten. Den Jumoflu Transmag i20, ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät in kompakter Bauweise. Dieses Gerät verfügt über SPE, also Singapier Ethernet, kann über eine App konfiguriert werden und eignet sich zur genauen Messung von Kleinstmeck. Die dritte Serie ist die Optiflux-Serie. Hier sind drei verschiedene Geräte verfügbar und decken damit eine große Anzahl an verschiedenen Applikationen an. Die Transmitter können sowohl auf dem Sensor als auch dezentral platziert werden. Beim Wirkdruckverfahren, auch Differenzdruckverfahren genannt, wird die Fließgeschwindigkeit über den Wirk- bzw. Differenzdruck berechnet. Der Gesamtdruck setzt sich aus dem dynamischen Druck und dem statischen Druck zusammen. Nach dem Energieerhaltungssatz von Bernoulli ist dieser Gesamtdruck innerhalb eines geschlossenen Systems konstant. Durch eine Verjüngung des Rohrquerschnitts an einer Stelle wird dort die Fließgeschwindigkeit erhöht. Demzufolge erhöht sich der dynamische Druckanteil und da der Gesamtdruck konstant ist, verringert sich der statische Druckanteil. Der statische Druck wird unmittelbar vor und nach der Querschnittsverjüngung gemessen. Die Druckdifferenz ist dann ein Maß für den Durchfluss. Der Durchfluss steht in einem quadratisch-proportionalen Verhältnis zum gemessenen Differenzdruck. Im Druckmessumformer kann der Differenzdruck bzw. Wirkdruck dann radiziert werden. In der Praxis wird dieser Druckunterschied über sogenannte Wirkdruckgeber erzeugt. Im Portfolio von JUMO gibt es neben der Messblende, die nach dem eben beschriebenen Prinzip funktioniert, noch die Staudrucksonde, bei der durch Vorbeiströmen an den Bohrungen entgegen der Flussrichtung ein dynamischer Druck, der Staudruck erzeugt wird und auf der abgewandten Seite ein gleichbleibender statischer Druck. Auch hier ist die Druckdifferenz das Maß für den Durchfluss. Als Messumformer wird bei beiden Wirkdruckgebern der JUMO-D-Trans-P20-Delta eingesetzt. Dieses Verfahren wird sowohl bei Flüssigkeiten als auch bei Gasen und auch unter extremen Bedingungen eingesetzt. Zuletzt die Ultraschall-Durchflussmesser der Flow-Trans-US-Serie. Die Ultraschall-Durchflussmesser von JUMO arbeiten nach dem Laufzeitverfahren. In dem Rohrstück befinden sich zwei Transducer, hier als A und B dargestellt. Diese arbeiten nach dem piezoelektrischen Effekt und senden und empfangen jeweils Ultraschallwellen. Steht das Medium still, sind die erfassten Laufzeiten der Ultraschallwellen von A nach B und von B nach A gleich. Beginnt das Medium zu fließen, werden die Schallwellen in Flussrichtung schneller. Je größer der Unterschied zwischen den Laufzeiten in beiden Richtungen, umso größer hat die Fließgeschwindigkeit des Mediums. Die Zeitdifferenz ist also ein Maß für die Fließgeschwindigkeit. Produkte der JUMO-Flow-Trans-US-Serie sind hochpräzise Ultraschall-Durchflussmessgeräte für leitfähige und nichtleitfähige Medien. Sie können flexibel in den unterschiedlichsten Prozessen eingesetzt werden und sind auch resistent gegen korrosive Medien. Zusätzlich zur reinen Durchflussmessung stehen Varianten mit einem Drucksensor, Bluetooth, IO-Link oder JUMO-DigiLine zur Verfügung. Für weitere Infos, E-Learnings, Seminare und Webinare besuchen Sie unsere Homepage unter campus.jumo.de Also, kommen Sie in dieuesten Kombinwaren für E-Learnings dazu. Vielen Dank.